Bei der Lager der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg mischen traditionell auch die Kirchen mit. Zum Beispiel beim Chorfest am Sonntag um zwei auf der Hauptbühne mit Kirchenchören aus der ganzen Region Merseburg. Jeden Samstag ist Kirche vor Ort an der Pflaumenbaumlaube. Ganz nach hinten haben wir einen schönen Platz. Pfarrerin Christiane Kellner ist die Chefin im evangelischen Kirchenkreis Merseburg. Evangelische, Katholische und die Neuapostolische Kirche bilden das ökumenische Lager-Kirchenteam. Kirche schafft Verbindungen, sagt Gemeindereferent Bert Lange von der katholischen Gemeinde. Da wo Menschen versuchen mit Natur in Verbindung zu kommen, ist es natürlich auch immer eine Sache, dass Menschen untereinander in Verbindung kommen. Und da steht es, Kirche gut zu Gesichter mit dabei zu sein. Für Natur und Umwelt sensibilisieren, für Bert Lange ein christlicher Auftrag. Dass wir auf Schöpfung, auf Bewahrung der Schöpfung, auf Gestaltung der Schöpfung, aber auch Nutzen der Schöpfung hinweisen. In einer Welt, die oftmals auch in der Gefahr steht, zu straucheln, zu leiden und das Schöne im Leben nicht mehr zu sehen. Kirche auf der Landesgartenschau Bad Dürrenberg. Samstag ab elf ist das mitteldeutsche Bibelwerk an der Pflaumenbaumlaube vor Ort. Und ihr könnt über Gott und die Welt ins Gespräch kommen. Am Sonntag um zwei ist Chorfest auf der Hauptbühne mit den Kirchenchören aus der Region. Aus der Kirchenredaktion Torsten Kessler, Radio SRW.